Wenn du eine Frau ignorierst, dann passiert das oder das nicht. Da passiert nichts von diesen Fotos, auch das ganze Fotos, Collagen-Zeugs, was du hinter mir siehst, all diese schönen glücklichen Pärchen, da wird nichts davon geschehen, denn wenn du eine Frau ignorierst, dann wird sie dich genauso ignorieren. Ja, du wirst wahrscheinlich im Internet irgendwelche tollen, supergeilen Ratgeber gefunden haben, dass du Frauen Desinteresse zeigen solltest, sie ignorieren solltest. Willst du gelten, mach dich selten und solche Kamellen und dadurch wird sie dein Interesse für dich entwickeln. Nonsense, Nonsense. Wenn du das tust, dann wirst du tolle Frauen, die was im Grips haben, die Werte haben und die, verdammt nochmal, die Frauen sind, mit denen man auch zusammen sein möchte, von dir wegdrängen. Was passiert, ist, dass ein kleiner Prozentsatz von Männern, einen kleinen Prozentsatz von Frauen durch dieses ganze kalte Schulter-Nonsense abfängt, denn das sind die unsicheren Frauen, unselbstbewussten Frauen, Frauen mit wenig Selbstwert. Und diese Techniken wenden dann eben auch Männer an, die unsicher sind, unselbstbewusst sind, geringer Selbstwert, um irgendwas zu überspielen, um irgendwas zu überkompensieren. Und genau so treffen sie dann diese Frauen, die genauso wenig Selbstwert haben und dann werden diese Männer später im Internet Videos machen und sagen, ist es so leicht, Frauen rumzukriegen. Ich musste einfach nur das Gegenteil machen von allem, was ich bisher gemacht habe. Ich musste jetzt einfach ein Assi sein. Und jetzt klappt es auf einmal. Glückwunsch, Glückwunsch. Aber erreichst du damit das hier oder das hier oder irgendeines der anderen schönen, wunderschöne Erlebnisse, die unsere Kunden haben? Nein, tun sie nicht. Diese Männer haben kurzfristige Beziehungen. Diese Männer geraten immer wieder an Borderlinerinnen oder an Frauen, die einfach kein Selbstbewusstsein haben und deswegen nicht imstande sind, mit dir eine gesunde Beziehung aufzubauen. Wenn du also Interesse hast an gesunden Beziehungen, an Frauen, die es wert sind, damit du endlich mal mit einer Frau das Gefühl hast, anzukommen, eine Familie zu gründen, wenn du das möchtest oder einfach nur mal zusammen einzuschlafen und das Gefühl zu haben, dass du genauso bei ihr gut aufgehoben bist, wie sie bei dir. Diese Beziehung auf Augenhöhe, mein Lieber, bei der helfen wir dir. Und deswegen bist du hier beim Freundinnenfitten Podcast, dein Podcast, um Frauen zu oberen und zu behalten, die du wirklich willst. Mein Name ist Andy Friday. Wir machen das seit über zehn Jahren. Wir sind die Flirt-Coaches für Männer mit Herz und für Männer mit Tiefe. Und mit dabei haben wir natürlich auch wieder unseren Experten für Selbstbewusstsein, Dominik Vanave. Hi Dominik. Yes, hallo. Ja, du hörst schon, diese Folge wird wieder eine sehr direkte Folge. Warum dieses Ganze, ignoriere sie und sie wird auf dich stehen oder zerstöre ihr Ego und so weiter, absolut erbultet ist und warum das eigentlich sogar zusätzlich noch einfach genau dich ruiniert, das beantworten wir jetzt in dieser Folge. Lass uns loslegen. Wenn du schon länger in dieser Szene unterwegs bist, und mit Szene meine ich, dass du irgendwo in der Bubble bist bei YouTube, Instagram und so weiter, wo es einfach darum geht, dass du dein Leben mit Frauen verbessern möchtest, dann kommst du gar nicht drum rum über all diesen Quatsch, der da irgendwie so heißt, du musst einfach so, wenn eine Frau dich ignoriert, dann musst du einfach ihr Ego zerstören und so weiter. Und dann gibt es dann diese 20-Jährigen, die glauben, dass sie die Weisheit mit Löffeln gefressen haben und jetzt einfach wissen, wie das Leben funktioniert und über Beziehungen sprechen. Dabei haben die gerade... Es sind ja nicht nur 20-Jährige, es ist ja auch super traurigerweise extrem viele Männer in 30er, 40ern, weil sie einfach so frustriert aufgewacht sind aus ihrem einem Erlebnis, wo sie mit einer Frau zusammen waren für 10, 20 Jahre. Und natürlich haben sie sich die Falsche ausgesucht, weil sie damals im Mangel waren, weil sie nicht wussten, wie sie die Richtige raussuchen und dann einfach die Erstbeste akzeptiert haben, die ihnen schöne Augen gemacht haben. Und deswegen haben sie dann 10, 20 Jahre mit dieser Frau verbracht und haben einfach eine gescheiterte Ehe und sie wissen nicht, wo sie wieder anfangen sollen. Und dann kommt der Frust und dann treffen sie auf solche Meinungen im Internet und dann wird der nächste 30- oder 40-Jährige geboren, der genau denselben Bullshit verzapft. Leider. Der dann ja auch natürlich sagt, so, ach, jetzt wird mir einiges klar, so hätte ich meine Ex-Frau behandeln sollen. 100%. Und dann, das ist ja auch dann die gleiche Schiene, aber das soll nicht Teil dieser Folge sein von, bekomme deine Ex zurück. So, all dieser Scam, alles Scam. Jede Seite, die dir sagt, so bekommst du deine Ex zurück, alles Scam. Kannst du alles vergessen. Jede Seite, 100%. So, ich glaube, ich habe es klar genug gemacht, dass das alles Scam ist. So, das ist die gleiche Ecke von, so, ich muss sie einfach nur wieder zurück manipulieren und so weiter. Also, dass das, die, die, diese, diese, diese Meinungen von diesen 20-Jährigen oder diesen, diesen frustrierten Männern, die dann entsprechend dann, ja, Videos darüber machen oder machen oder ihrer Meinung kundtun, weil sie halt so eine Erfahrung gemacht haben und dann einfach mal das Gegenteil gemacht haben von dieser Erfahrung und dann glauben, weil aufgrund dieser neuen Erfahrung, die sie gemacht haben, dass sie jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen haben, dass du einfach dann das Ego der Frau zerstören musst. Und das geht halt noch weiter einfach in diese Kerbe von, im Englischen spricht man mittlerweile von Gender Wars, also vom Geschlechterkrieg, so Männer gegen Frauen. Und das ist so, das ist so krass, einfach was gerade abgeht. So Männer, die einfach so wahnsinnig frustriert sind, weil sie einfach eine gewisse Message gefüttert bekommen haben, dass Frauen so schlecht zu ihnen sind. Oder auch entsprechend, weil Frauen dann die Message bekommen haben, dass Männer so schlecht zu ihnen sind und so weiter. Über Jahrhunderte hinweg und Jahrzehnte hinweg und was auch immer. Und dann glauben wir halt weiter, dass wir halt dann uns wieder rächen müssen, bis dann wieder die andere Gruppe denkt, dass sie sich rächen muss und so weiter. Anstatt einfach mal aus diesem ganzen Bullshit auszusteigen und sich auf das konzentrieren, zum Beispiel auch auf die Beziehungen zu konzentrieren, die du in deinem Umfeld hast, die gut laufen zwischen Mann und Frau. Anstatt zu sehen so, guck mal, da gibt es ja auch eine Alternative dazu. Ich muss ja gar nicht irgendwie gegen die Frau sein, um ein bisschen Liebe zu bekommen. Was ja auch einfach totaler Quatsch ist. Also diese Männer, also wir haben ja auch Männer, die halt auch unter diesen Videos, unter dem Podcast kommentieren. Und einfach unverständlicherweise auf diese Episoden klicken und dann einfach als Kommentar schreiben, ja, Frauen sind ja sowieso alle doof. Was ist euer Ansatz? Dass wir unsere Meinung plötzlich ändern? Nee, das wird halt niemals passieren. Möchtet ihr halt einfach nur irgendwie jammern oder was auch immer so, dann geht woanders hin. Geht woanders hin. So, wir brauchen das nicht. Das hilft niemandem weiter. Ihr bekommt die Aufmerksamkeit von uns nicht. Und das wird auch die, das wird auch euch Frauen nicht in die, in die, in euer Leben ziehen. Weil das Problem ist, also warum ja auch dann, warum auch viele Männer dann auf diese Videos klicken von, so zerstöre ihr Ego. Oder du musst eine Frau ignorieren und dann rennt sie dir hinterher und so weiter. Das ist ja das Verlangen davon, endlich die Lösung zu bekommen, wie man es schafft, also man, wie man es schafft, endlich interessant für Frauen zu werden. Ach okay, ich muss einfach nur das Gegenteil davon tun, was ich sowieso schon denke. Ich muss einfach meine Gefühle wegdrücken. Ich habe einen Sog zu Frauen. Ich finde die interessant und toll und sexy und schön. Und ich hätte gerne eine Frau in meinem Leben, um einfach auch mal umarmt zu werden. Ich hätte gerne ein wenig Liebe in meinem Leben und würde nicht so gerne allein sein. Ach so, da muss ich einfach das Gegenteil tun und das unterdrücken, was ich eigentlich gerade fühle. Und zwar die Anziehung zu Frauen. Ich muss die einfach unterdrücken und dann einfach, und dann klappt das schon. So, das ist halt so, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen vor einigen, vor einigen Episoden so. Phase 1, das ist wie bei den Unterhosenwichteln in South Park. Phase 1, ignorier die Frau. Phase 2, Fragezeichen. Phase 3, Profit. So, das passiert halt nicht. Das funktioniert halt nicht, weil du halt nicht weißt, was der zweite Schritt ist. Aber wir glauben dann gerne, oder diese Männer glauben dann gerne, dass sie halt aufgrund ihrer unterdrückten Emotionen und die sie dann auch in andere Dinge channeln, wie mehr Produktivität und so weiter oder ein besserer Job und was auch immer, als ob das alles die Frauen in ihr Leben bringen würde. So, wenn sie das halt dahin channeln, dass dann plötzlich die Frauen kommen. Aus magischer Weise. Aber nee, es wird halt genau das passieren. Du wirst halt irgendwie, also du wirst halt keine Frau treffen und die, die du triffst, die werden halt so dann genau, genau so kaputt sein, wie du es dann in diesem Moment bist. Und was dann halt passiert, du wirst, du wirst einige Frauen treffen, bei denen wird das klappen. Die werden das richtig geil finden, dass sie dir hinterher rennen können, dass du sie plötzlich ignorierst. Das finden die richtig, richtig geil. Und dann macht ihr Kinder. Und dann zieht ihr eine neue Generation heran von Kindern, die ein zerrüttetes Elternhaus haben. Wo Mama und Papa einfach Spielchen spielen. Und die wachsen dann auf mit diesem Selbstwertgefühl. Und das potenziert sich. Und es ist unfassbar. Bitte macht keine Kinder, wenn ihr auf diese Videos klickt. Also nicht auf unsere. Auf unsere macht bitte gerne Kinder, ganz, ganz viele. Weil das macht die Welt besser. Aber wenn ihr auf Videos klickt von Zerstöre ihr Ego, dann bitte keine Kinder machen. Geiler PSA. Public Service Announcement. Männer. Das Schlimme ist ja, dass wir nicht unterscheiden können, wenn uns das nicht bewusst ist, woher diese Wut kommt. Wir denken, irgendwann habe ich die Schnauze voll. Es klappt als nicht mit Frauen. Oder es hat jetzt die letzten zehn Jahre meines Lebens aus mir rausgezogen, weil es einfach nicht die richtige war. Und dann ist da eine Verwirrung, ist da eine Wut, ist da auch, dann sind wir auch irgendwie sauer. Wir sind auch sauer auf uns selber. Schwierig, das zuzugeben, aber das schwingt da auch mit rein. Und aus diesem ganzen Sauersein, das muss ja irgendwo hin. Also projizieren wir es dann natürlich. Und so sind wir Menschen. Wir sind faul. Wir nehmen das Erstbeste, was einfach den leichtesten Zugang hat. Und wir suchen die Schuld woanders. Wir suchen die Schuld einfach woanders und sagen, ah ja, Frauen haben diese und diese Psychologie. Deswegen sind sie so. Und ja, es gibt Unterschiede in der Psychologie von Menschen mit XX und Menschen mit XY-Chromosomen. Ja, aber was dich wirklich aufregt, ist nicht der Unterschied in der Psychologie. Was dich wirklich aufregt, ist wenn du ganz ehrlich mit dir bist und du einmal dich hinsetzt und alle Fernseher und alle Handys ausmachst und mal für eine halbe Stunde in dich gehst und du mal ehrlich zurückblickst, wo der ganze Fehler schon begonnen hat. Es liegt an unserer eigenen Angst, unserer eigenen Abhängigkeit. Aus dem Grund hast du damals nicht deine wahren Bedürfnisse geäußert, als du es eigentlich wolltest. Du hast nicht Schluss gesagt. Du hast nicht gesagt, hey genug, ich lasse mich nicht mehr ausnutzen. Du hast nicht gesagt, dass dir eine Frau gefällt, als sie dir gefallen hat, weil du gedacht hast, oh nein, dann wird es so peinlich wie damals in der Schule. Dann werden alle mich auslachen oder die anderen Menschen werden einfach denken, was für ein Typ, was für ein Loser oder sie wird mich auslachen. Noch schlimmer, du hast die ganze Zeit aus der Angst heraus gehandelt, besser gesagt aus der Angst heraus nicht gehandelt. Du bist der Angst gefolgt, anstatt dem Mut. Und deswegen wiederhole ich so oft und habe das auch in meinem TEDx Talk gesagt, wir müssen nur zwei Sekunden länger mutig sein als die anderen. Das ist alles. Manchmal musst du halt einfach nur diese paar Sekunden dieses Unwohlseins, haben wir in der letzten Podcast-Folge drüber geredet, entscheiden. Willst du lieber das Gefühl haben der Reue, dieser Schmerz oder willst du lieber den kleinen Schmerz haben der Überwindung in diesem Moment? Was wird dich langfristig mehr fertig machen? Und obwohl das so glasklar ist, entscheiden sich die allermeisten Menschen für die Reue. Sie bereuen lieber und bereuen und bereuen und bereuen und weil das so unvereinnehmbar ist mit uns, dass wir ständig unter unserem Potenzial bleiben und uns selber enttäuschen, dass wir nicht der Mann sind, der wir eigentlich geboren wurden zu sein. Ja, was machen wir dann? Kognitive Dissonanz. Dann sagen wir, na gut, in unserem Kopf, das kann ja nicht stimmen, irgendwo muss der Fehler liegen. Der Fehler liegt aber nicht bei uns, also liegt er bei Frauen. Das ist faul, das ist feige, das ist nichts, wofür du dich danach in den Spiegel stolz anschauen kannst. Selbst die Männer, die sagen, alter, ich habe jetzt die ganze Zeit, bin ich Frauen hinterher gerannt und jetzt scheiße ich einfach mal drauf und jetzt gehe ich ins Fitnessstudio, mache einfach mein Ding und ich scheiße auf alles. Und dann auf einmal reagieren Frauen positiv auf sie, aber sie bleiben in der Anti-Haltung. Ja, ist mir alles egal, ist mir alles egal und ich habe der Frau gesagt, die soll dahin gehen, wo der Pfeffer wächst. Das ist genau diese selbe Angst nochmal. So, jetzt hast du es halt mal, das ist die Sache, weißt du, selbst kaputte Uhren haben zweimal am Tag recht und jetzt ignorierst du Frauen aus den falschen Gründen, aber es wirkt halt auch attraktiv, weil du halt mal endlich mal dein eigenes Ding machst und zu dir stehst, aber jetzt gehst du zu weit. Jetzt blickst du nicht nur über den Tellerrand, du fällst auch noch über den Tellerrand und du zerstörst dir alles, was du wunderschön aufbauen könntest. Das Problem lag immer schon an dieser Übertreibung, an der Übertreibung der Angst oder an der Übertreibung der Konterreaktion. Weißt du, wenn du Frauen gesund anziehen möchtest, dann ist die Lösung in der Mitte. Die Lösung ist nicht, Frauen zu ignorieren, die Lösung ist aber auch nicht, Frauen mega krass hinterher zu rennen und ihr den Hof zu machen und alles stehen und liegen zu lassen für sie. Die Lösung ist, sie zu behandeln. Wer hätte das gedacht, Alter, wie normale Menschen, wie dein Bruder, wie dein Vater, wie dein Kumpel, so wie wir mit anderen Typen meistens umgehen, so sollten wir auch mit Frauen umgehen. Das heißt nicht, dass wir sie nicht sexuell begehren sollten. No, es bedeutet, dass, wenn du mit deinem Kumpel schreibst und er antwortet nicht, schickst du ihm dann zwei Fragezeichen, machst du dir den Kopf, sitzt du dann da und sagst, boah, mag er mich nicht mehr, habe ich irgendeinen Fehler gemacht? Wirklich? Machst du dir diese Gedanken? Wahrscheinlich nicht. Habe ich jetzt verkackt mit ihm. Und das ist das Problem, was wir dann bei Frauen machen. Wir denken, das sind diese magischen Andersgeschöpfe, bei denen wir uns anders verhalten müssen, unsere wahren Gefühle unterdrücken müssen, irgendein Spiel spielen müssen, von dem wir denken, es funktioniert so, wenn ich höflich, respektvoll, auf Abstand bin. All die Regeln, die dir irgendwann mal irgendjemand gesagt hat, Hollywood, Disney-Film mit deiner Mama, wer auch immer. Und deswegen funktioniert es nicht. Und wir hören dann immer auf die Angst anstatt auf den Mut. Und wir landen dann einfach immer wieder im selben Loch. Aber die Lösung ist, dass wir zu unseren eigenen Bedürfnissen stehen können. Die Lösung ist, dass wir zu unseren eigenen Bedürfnissen stehen können. Die Lösung ist aber auch, dass wir leichtherzig und unabhängig kommunizieren. So eben auch wie mit unseren Kumpels. Das heißt, der finale Schritt aus dieser zuerst mal absoluten Abhängigkeit, in der du dich befindest, wenn du keine Wahl hast bei Frauen und du musst die nehmen, die sich für dich interessieren, der nächste Schritt ist Unabhängigkeit. Das ist der Moment, wo du sagen kannst, Alter, ich brauche jetzt nicht unbedingt diese Frau. Ist mir egal. Ist ein Schritt drüber. Aber der höhere Schritt ist, dass du die Bedürfnisse, die du schon immer hattest, das Begehren, das Schönfinden, meine Güte, das Komplimente machen, das Verehren, was in uns Männern drinsteckt. Wir Männer wurden geboren, um Frauen zu verehren. Ist so. Frauen sind das magischste, tollste Geschöpf, das jemals hier auf dem Planeten gelebt hat. Und es ist unsere Ehre, sie anzusprechen, mit ihnen gemeinsam zu lachen und ihnen eine schönere Welt zu zeigen, als die stressige, vielleicht auch ganz schön gefährliche Welt, die sie jetzt gerade erlebt. Vielleicht wegen anderen Männern, die schwächer sind als du, ängstlicher sind als du und größere Verlierer sind als du, weil sie eben auf diese Angst hören. Und das tun wir, mein Lieber. Wir verehren sie. Wir zeigen ihnen eine tolle Welt. Aber erst ab der dritten Stufe. Erst wenn wir die Unabhängigkeit geschnallt haben. Und das nennen wir dann furchtlose Verehrung. Ohne Angst. Das ist, wenn du einer Frau halt wirklich sagen kannst, Alter, bist du wunderschön. Warum waren wir zwei noch nie auf einem Date? Rede ich mal. Und sie merkt, dass du es nicht so ernst meinst, dass wenn sie jetzt kein Interesse hätte, dass du dann total niedergeschlagen wärst. Oh nein, sie mag nicht. Nö. Du meinst es halt ernst. Aber es ist halt so, du bist halt okay damit, wenn sie halt, wenn es einfach bei dieser Situation bleibt. Ganz genau. Und das ist der Grund, wieso diese Männer es geschafft haben, eine Partnerin zu gewinnen. Eine Partnerin auf Augenhöhe, mit der sie jetzt den Rest ihres Lebens auch zusammen sein wollen. Das ist der Grund. Das ist das, was wir im Coaching beibringen in der Flirtmasterclass. Das ist das, was wir auch bei den Flirt-Spezialisten beibringen. Das ist das, was wir in jedem unserer Coaching-Formate beibringen. Weil es die einzige Möglichkeit ist, langfristig eine Partnerin an dich zu binden, mit der du auch gebunden sein möchtest. Und nicht irgendeine, die dir hinterher rennt, weil du irgendwelche Psychospiel-Tippen gespielt hast. Und mit der du dann nicht glücklich wirst. Das funktioniert nicht. Wir müssen irgendwann zwangsweise unser Interesse zeigen. Spätestens wenn du mit ihr in der Kiste landest, musst du Interesse zeigen und mit ihr schlafen. Du kannst ja dann nicht daneben liegen und sagen, ich habe immer noch keinen Bock. Ich bin zu cool für alles. Macht doch keinen Sinn. Also wenn wir irgendwann Interesse zeigen müssen, dann liegt es nicht daran, dass wir kein Interesse zeigen sollten. Es liegt am Wie. Wie oder wann, in welchem Kontext zeige ich Interesse? Logisch. Und die Antwort, mein Lieber, ist unabhängig. Ich zeige mein Interesse auf eine unabhängige Art und Weise. Ich brauche nichts von ihr. Nichts. Ich kann einer Frau auch einfach so auf der Straße mal ein Kompliment geben für ihre absolute umwerfende Schönheit oder die Art, wie sie sich bewegt, die mich einfach erinnert an jemanden, den ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Aber wow, sie sieht aus wie eine Tänzerin. Bist du eine Tänzerin? Hast du mal Ballett gemacht? Also wow, du bewegst dich einfach nur. Weltklasse. Mega. Das wollte ich dir einfach nur sagen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ich muss jetzt auch wieder weiter. Und ich meine das ernst. Und manchmal wird daraus ein Gespräch und manchmal meine ich es genauso und ich gehe einfach weiter. Ich meine es immer genauso, aber manchmal redet sie dann weiter mit mir und ich denke mir so, ey, warum nicht jetzt noch ein paar Minuten mit dir sprechen? Und daraus kann dann mehr werden. Aber die Basis war die Unabhängigkeit. Die Basis war, ich brauche das nicht, aber weil ich keine Angst habe, ehrlich zu sein, zeige ich meine Liebe und Wertschätzung. Verehrung plus Unabhängigkeit, das erzeugt Anziehung, sage ich seit zehn Jahren. Und es funktioniert. Wie ihr seht und wie ihr an den über 600 Google-Bewertungen, 400 Bewertungen auf Proven Expert, ich komme durcheinander mit den Zahlen. Bitte nage mich nicht darauf fest. Es sind, glaube ich, über 300 auf Proven Expert und nochmal ein paar hundert auf Trustpilot. Wir haben so viele Männer, die auch ihr Gesicht gezeigt haben und sogar ihre Freundin gezeigt haben, die sie kennengelernt haben. Hier auf YouTube oder wenn du auf andyfriday.de, sorry, wenn du auf authentic-charisma.de slash Erfahrungen gehst. Ach komm, ich verlinke es dir hier einfach. Wir sind jetzt schon sehr weit vorgeprescht. Ich wollte noch viele, viele Sachen am Anfang nochmal gerade noch dazu sagen. Also unter anderem, was den Punkt Reue angeht. Wir entscheiden uns gerne für die Reue, indem wir halt die Frau jetzt gerade nicht ansprechen und sagen so, ja passt schon jetzt gerade nicht später. Und dann ist später und dann bereuen wir es. Und das ist so, Jerry Seinfeld hat das vor 20 Jahren oder so mal in einem Late-Night-Talkshow gesagt. Als es gerade so losging mit so buy now, pay later. Und er hat so gesagt, das ist eine so faszinierende psychologische Sache, die da so passiert. Menschen, also das ist alles so, was er gerade gesagt hat, ich paraphrasiere. Menschen sehen irgendwie so in einem Katalog Möbel und sagen so, ja, die will ich haben. Kaufen die sich und sagen, und darunter steht so, okay, zahl erst im Juni. Und dann denken die sich, Juni? Es wird ja nie Juni. Das ist ja super, ich muss ja nie bezahlen. Und dann ist plötzlich Juni und dann müssen sie halt ganz viel zahlen. Das ist halt so eine komplett menschliche, wir sehen halt nicht, was halt in Zukunft passiert. Stattdessen entscheiden wir uns gerade so für das Bequeme, was gerade jetzt passiert und leiden dadurch in der Zukunft. Müssen da halt dann mehr bezahlen im Juni, weil wir halt so jetzt diese Möbel alle haben wollten. Weil wir halt jetzt die Bequemlichkeit haben wollten, die Frau jetzt nicht anzusprechen, um uns bloß nicht zu überwinden. Und dann ist halt ein paar Tage später und wir fühlen uns halt alleine. Wir hätten gerne dann jetzt ein Date, aber stattdessen sitzen wir mit Chips und Bier vor Netflix und denken, wie doof denn doch Frauen sind und so weiter. Dabei liegt es doch genau an dir. Es liegt doch genau an dir. Sprich doch einfach mal zehn Frauen an heute und schau mal, was passiert. Wirst du halt nicht machen. Du wirst halt dann lieber sagen, ja, nee, lieber nicht. Also nicht du, der halt die Tipps, die wir dir mitgeben und die Mindsets und so weiter, die wir dir mitgeben, die auch umsetzt. Weil davon kriegen wir eine Menge, 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 Menge. Und das ist richtig, richtig geil. Eine Menge Kommentare auch unter diese Videos. Und auch E-Mails, die Männer uns schreiben. Danke, dass wir das umsetzen. Ich habe das umgesetzt. Danke. So ist richtig cool. Weiter so. Ja, also unter den Videos leider nicht so sehr und auf den YouTube-Videos jedenfalls nicht. In den Shorts eher, in den Shorts immer wieder mal. Aber klar, wir kriegen die Nachrichten auf Instagram, unsere Teilnehmer, die das schreiben. Alter, Teilnehmer, Jungs, Männer in der FMC, wenn ihr die Podcast-Folge hört, jetzt zeig doch mal, dass es dich auch gibt und nicht nur die Nörgler. Also die Welt ist halt auch voll von Männern, die diese Videos geil finden. Und deswegen sehe ich ja auch in den Likes. Aber das ist ja das Problem, Alter, das ist das Problem, wieso die gesamte Gesellschaft immer weiter sich aufbauscht. Ist, weil nur die extremen Stimmen das Maul aufmachen. Das ist das Problem. Auf jeder Seite hörst du immer nur die Extremisten. Und dann denken wir, oh, das ist der Mainstream. Aber die Mitte kriegt den Mund nicht auf. Und das ist ein Problem. Also bitte, sei doch mal Teil der Lösung. Und sag, Alter, uns gibt es hier auch. Frauen sind ein Geschenk. Ich will ein Geschenk für Frauen sein, in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Und Mann, Frauen, die das lesen und dann eben auch mal, diese Videos sehen ja auch immer wieder Frauen. Frauen, die auf diese Videos kommen und dann nur die Kommentare sehen von Leuten, die halt sagen, Frauen sind das Problem, bla bla bla. Dann sehen die eben auch mal, nee, es gibt nicht nur solche Meinungen. Und es tut diesen Frauen auch gut, das zu wissen. So, sei ein Teil der Lösung. Ja, und gerade auch, du hast eine interessante Sache gesagt an die Männer, die dann so sich dafür entscheiden, jetzt mache ich einfach mal mein Ding und dann interessiere ich mich nicht mehr für Frauen. Und plötzlich irgendwie so merken sie, dass Frauen im Fitnessstudio oder so mit ihnen irgendwie Augenkontakt aufbauen, Gespräch anfangen und so weiter. Aber dann sind halt diese Männer so in dieser eigenen Welt von, nee, jetzt auf gar keinen Fall mehr. Also in Trotz, also damit in Stolz und Arroganz. Also in einem Bereich von, wo du einfach nicht hingehen willst, wo du einfach auch nicht interessant bist für irgendwen. Da bist du halt ein Teenager mit. Und diese, das Gleiche habe ich beobachtet, als es damals losging, so lange machen wir das schon, Andi, als es damals losging mit dieser No-Fap-Bewegung. So viele Leute sind dann halt so da drin, also mir ist es völlig egal, ob du dich da unten rum anfasst und wie oft. So ist mir völlig egal, mach das so oft und so wenig du möchtest. Es geht mir eher darum, dass viele Männer, die halt einfach keinen Erfolg bei Frauen haben, dann sagen so, okay, ich muss einfach weniger, ich muss mir einfach weniger einen runterholen. Und, okay, cool, mach das. Aber dann machen sie das, also wenn ich dann schon zähle, so das sind jetzt bei mir schon 353 Tage, in denen ich das mache. Oh nein, ich habe meinen 224-Tages, wie sagt man, Streak, ich bin rückfällig geworden und so weiter. Und wenn ich halt schon so darüber nachdenke, dann bin ich halt süchtig nach etwas. Wenn ich sage, ich habe jetzt 365 Tage kein Alkohol getrunken, aber heute trinke ich ein Glas Bier, oh nein, ich bin rückfällig geworden. Ja, dann bin ich halt süchtig danach, sondern dann ist halt genau das meine Droge. Dann natürlich ist es vielleicht ganz interessant, dass wir mal was daran machen, aber der besondere Verzicht darauf oder das besondere, das bewusste Ignorieren ist Widerstand. Und der Widerstand, wenn wir Widerstand auf etwas aufbauen, wird genau dieser Widerstand oder wozu wir Widerstand aufbauen, größer. What we resist persists. Also dem, was wir widerstehen, das bleibt bestehen. Und jetzt gibt es halt diese Männer, die halt so sagen, ich mache hier halt no fap und jetzt merke ich plötzlich, ich habe mehr Energie, mehr sexuelle Energie und jetzt merke ich plötzlich irgendwie, wie Frauen auf mal irgendwie meine Nähe suchen. Erstmal, das ist selektive Wahrnehmung, weil du glaubst, dass du durch diesen Placebo-Effekt, durch diese Sache, die du machst oder halt nicht mehr machst, jetzt plötzlich Frauen mehr Interesse an dir haben. Aber die Wahrnehmung, also die Frauen haben genauso viel Interesse an dir wie vorher. Das nimmt es halt plötzlich nur noch mehr wahr, weil du halt etwas tust dafür oder nicht mehr tust. Und was ich aber beobachtet habe in der Szene, als sie damals aufgekommen ist, dann waren da Männer ganz schnell in ihrem Ego und in ihrer Arroganz und haben dann sehr abfällig über Frauen geredet. Ja, die Olle, die braucht jetzt gar nicht mehr versuchen irgendwie, dass sie, so die hat mich vorher nicht gewollt und jetzt, wo ich halt so ein bisschen mehr Disziplin über mich habe, jetzt plötzlich will sie mich, jetzt braucht sie auch nicht mehr ankommen. Und das ist halt genau dieses, was wir halt beobachten mit den Männern, die halt sagen irgendwie, ja du musst halt ihr Ego zerstören oder ich muss sie ignorieren und dann kommt sie an. Nee, eben nicht. Das ist halt so einerseits halt so diese selektive Wahrnehmung, also entsprechend hier an dieser Stelle ein Nocebo-Effekt und auf der anderen Seite halt so, du ziehst halt dann genau das an und dann bist du halt in einer Teufelsspirale. Du bist halt dann, wenn du dann plötzlich jetzt wieder Frauen Aufmerksamkeit schenkst, dann würden sie sich ja nach dieser Logik wieder von dir abwenden und wieder weggehen. Das heißt, du wirst halt nie glücklich, du bist halt entweder bist du der Jäger oder der Gejagte, aber nie dürft ihr euch beide treffen. Was ist das für eine Welt? Willst du in dieser Welt leben? Was ist, wenn es eine bessere Möglichkeit dafür gäbe? Eine bessere Lösung? Aber was ist diese Lösung? Keine Ahnung. Ist diese Lösung vielleicht mehr authentisch sein? Ist diese Lösung vielleicht mehr zu deinem Herzen stehen? Mehr furchtlose Verehrung? Weniger auf all das Hören, wo du dich selber beschränkst? Wo du diese und jene Person sein musst? Nee. Nee, das kann es nicht sein. Frauen sind schuld. Das ist die Lösung. Es ist oftmals das einfachere Problem, ne? Die einfachere Lösung für das einfache Problem. Ja, das ist ja der Punkt. Das ist menschlich. Es ist menschlich, den leichtesten Weg zu wählen. Den Weg des geringsten Widerstandes. Und der ist nun mal, dass wir nicht unsere eigenen Fehler einsehen. Und vor allem nicht einsehen, dass wir feige sind. Aber das Geile ist, feige ist ein Zustand, den du genauso verändern kannst wie wach. Du kannst halt jeden Tag entscheiden. Stehe ich auf, bin ich wach oder schlafe ich weiter? Bin ich mutig oder bin ich feige? Das ist eine Entscheidung im Moment. Und die kannst du jederzeit treffen. Entscheide ich mich zur Unabhängigkeit oder entscheide ich mich zur Abhängigkeit? Entscheide ich mich für den Mut? Entscheide ich mich für die Feigheit? Entscheide ich mich für das Herz? Oder entscheide ich mich für die Starre? Für den Körper? Für den Kopf? Denn das, was du tust, wenn du verkopfst, wenn du zu viel nachdenkst, ist nämlich genau die Starre. Weil dann kommt Paradox of Choice. Das heißt, du hast dann so viele Möglichkeiten, du siehst so viele potenzielle Gefahren oder so viele Wege, wie man es machen könnte, dass du lieber gar nichts machst. Paradox of Choice. Und der Weg daraus ist, dass du eben sagst, ich werde nicht vordenken, ich werde nachdenken. Denn das meiste ist vordenken. Wir denken, wir tun, nachdenken, aber eigentlich denken wir vor. Vor der Handlung überlegen wir, was kann ich richtig machen, was kann ich falsch machen, was kann schief gehen, was könnte sie sagen und so weiter und so fort. Das ist nicht nachdenken, das ist vordenken. Also, lieber dem Herzen folgen. Lieber in den Körper gehen. Lieber handeln. Lieber dem Impuls folgen. Und der Impuls, wenn der aus dem Herzen kommt, dann weißt du, der fühlt sich auch anders an. Weißt du, der fühlt sich auch richtig an. Das bereust du auch nicht. Das bereuen wir nicht. Das ist nicht das, wo wir später dann sagen, oh Mann, hätte ich das lieber nicht machen sollen. Du weißt dann immer ganz genau, wenn du ehrlich, herzlich warst, leichtherzig, für andere ein Geschenk sein wolltest, dann ist es immer das Richtige. Wir haben nie 100% Kontrolle über die Situation, aber wir haben 100% Kontrolle darüber, wie wir agieren und wie wir auch reagieren. Was die anderen machen, das wissen wir nicht. Das ist auch nicht unsere Verantwortung. Aber wir können wenigstens das Buch so schreiben, das Buch unseres Lebens, dass wenn wir zurückblicken auf diese Geschichte, dass wir dann sagen, Alter, das ist eine echt schöne Geschichte. Der Protagonist, mit dem kann ich mich super geil identifizieren. Der hat Herz, der ist mutig, der ist tollpatschig, aber der macht trotzdem weiter. Er ist optimistisch und guck mal da und er kriegt die Frau. Das ist doch ein tolles Buch. So, und diese Geschichte dürfen wir schreiben, mein Lieber. Und wenn du versuchst, nicht mehr irgendein Ergebnis hinterher zu hechten, wie sie muss mich unbedingt mögen oder ich will nicht, dass sie mich ignoriert, ich will jetzt Klarheit haben. Ich will wenigstens einfach nur wissen, woran wir aneinander sind. Was auch so ein typisches Ding ist, was Männer immer wieder uns erzählen, der Charisma-Analyse. Ja, ich habe jetzt diese Frau kennengelernt und sie hat am Anfang Interesse gezeigt, jetzt wurde es immer weniger und ich muss jetzt mal sie anschreiben. Ich glaube, ich werde ein Gespräch mit dir führen. Ich will einfach mal Klarheit, ich will einfach mal wissen, woran wir sind. Wirklich? Wirklich? Oder, oder, was du eigentlich möchtest, ist, dass dieser Druck, den du verspürst, weil du die ganze Zeit nicht zu dir gestanden bist, weil du nicht flirty und unabhängig mit dir agiert hast, da hat sich Druck aufgebaut und jetzt willst du den einfach lösen. Dieses Paket ist zu schwer zum Tragen und deswegen, ah, nimm bitte das Paket, ich kann es nicht mehr tragen. Woran bin ich jetzt? Woran bin ich jetzt? So, aber funktioniert das? Nee, es funktioniert nicht. Aber da ist vielleicht auch schon das Kind in den Brunnen gefallen. Was halt funktioniert, ist, wenn du von Anfang an leichtherzig und unabhängig bist. Wenn du flirtest, wenn du aber genauso auch zeigst, ich bin nicht vom Ergebnis abhängig, ist völlig okay, wenn du jetzt darauf anspringst oder nicht darauf anspringst. Ich brauche keine weibliche Bestätigung. So, es macht mir halt Spaß, mit dir zu reden. So, wer bist du denn? Erzähl mir mal was von dir. Das ist ein komplett anderer Ansatz als eben dieser Ergebnisansatz. Ich muss etwas erreichen. Und die Alternative zu dem, ich muss etwas erreichen, ist, egal was passiert, Hauptsache ich habe es schön gestaltet. Es kann sein, dass sie mich nicht mag. Es kann sein, dass sie danach nicht mehr mit mir reden möchte. Es kann sein, dass sie mir sagt, du Andi, ich habe dich aber nie als Liebhaber gesehen. Ich dachte immer, wir sind nur Freunde. Das können wir alles in Kauf nehmen. Hauptsache wir schreiben eine schöne Geschichte. Und das ist ein prozessorientierter Ansatz, der so viel besser funktioniert als dieser ergebnisorientierte Ansatz. der zwangsweise dazu führt, dass du mit dem Ergebnis nicht zufrieden sein wirst, weil unser perfektionistisches Gehirn ist immer unzufrieden mit dem Ergebnis, das wir uns vorher ausmalen. Ist einfach so. Wir denken, boah, ich hätte das gerne so und so und so und so. Nicht mal bewusst, aber dann wird es nicht so. Oh Mist. Aber wenn wir stattdessen sagen, du, das Ergebnis ist mir egal, es ist mir einfach nur viel wichtiger, dass ich diesen Wert lebe, dann können wir uns auch ins Gesicht schauen. Da sind wir stolz auf uns. Das ist, wenn du eben zu Werten stehst wie Ehrlichkeit, wie Mut, wie Unabhängigkeit, wie Transparenz und so weiter und so fort. Wenn du ein Mann bist, der sich darauf brüstet und auch zu Recht, dass auf dich immer Verlass ist. Cool. Aber dann, lass uns auch wirklich konsequent sein in diesem Wert und nicht einfach nur, auf mich ist immer Verlass, wenn mich ein Kumpel anruft und ich lasse alles stehen und liegen und helfe ihm beim Umzug. Das ist nur eine Subkategorie von, auf ihn ist Verlass. Was ist mit der Frau, die du so toll findest, aber sie weiß es nicht? Ist da auf dich Verlass? Kann sie sich darauf verlassen, dass du ehrlich mit ihr kommunizierst und sagst, Melanie, warum waren wir eigentlich noch nie auf einem Date? Oder ist da nicht auf dich Verlass? Und genau deswegen haben wir kein Selbstvertrauen, weil wir wortwörtlich unserem eigenen Wort nicht vertrauen können. Ich vertraue mir selbst nicht, denn das, was ich mir eigentlich von meinen Werten her vorgenommen habe, mache ich nicht. Nicht konsequent jedenfalls, nur in bestimmten Bereichen. Da, wo es mir leicht fällt. Das ist halt so, als ob wir einen Kumpel haben und der sagt, hier kannst du mir mal ein bisschen Geld leihen, du gibst ihm 1000 Euro. Und dann sagt er, ja, kriegst du nächste Woche zurück. Und dann kommt nächste Woche und dein Kumpel ist nicht mehr erreichbar. Und dann versuchst du es zwei Wochen lang, drei Wochen lang und nach vier, fünf weiteren Wochen ist er plötzlich da und sagt, sorry, mir ging es nicht so gut. Ich habe es nicht geschafft, aber hier ist dein Geld. Sorry nochmal. Und dann kommt er halt einen Monat später wieder an und fragt dich halt nochmal um Geld. Dann wirst du ihm halt auch nicht mehr vertrauen. So, weil da halt keine Integrität hinter ist. Und genau so, das Gleiche machen wir mit uns selbst. Das fängt halt schon an, wenn wir sagen, okay, ab morgen werde ich um sechs Uhr morgens aufstehen und joggen. Nee, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich wirst du das nicht machen. Aber das machst du halt, also du machst dir dieses Versprechen ein paar Mal, aber du hörst dir auch selber zu und dann hältst du es nicht ein. Kein Wunder, dass dein Selbstvertrauen im Keller ist. Dass du dir selber nicht vertraust, dass du genau die richtigen Worte findest, wenn du jetzt gleich auf die Frau zugehst, sondern du denkst halt auch zusätzlich darüber nach, dass du die richtigen Worte brauchst. Aber wenn du halt weißt, dass du dir selber vertrauen kannst, also wenn du Selbstvertrauen besitzt, Selbstbewusstsein besitzt, Selbstwertgefühl besitzt, dann wird es gar nicht so wichtig sein, was du sagst. Dann sind das halt so Momente, wo du dann vielleicht mit der Frau sprichst und du kommst dann zurück zu deinen Kumpels und die fragen dich so, okay, wow, was hast du gesagt, dass sie so gestrahlt hat. Und du wirst es nicht mehr wissen, weil es halt völlig irrelevant ist, was du gesagt hast, was du genau gemacht hast. Sondern weil du halt einfach im Moment warst. Also eine der größten Aha-Erlebnisse, die ich damals hatte, war, als ich einfach mal auf eine Frau zugegangen bin, das ist 15 Jahre her oder so, auf eine Frau, das ist auch die einzige Frau, auf die ich jemals zugegangen bin, auf eine Frau zugegangen bin und halt nicht wusste, was ich sagen sollte. Also das Interessante war, weil ich mir halt vorher immer Gedanken gemacht habe. Und diesmal habe ich gesagt so, boah, fuck it. Und ich gehe einfach auf sie zu und habe das Gespräch eröffnet mit ihr und habe gesagt, ich bin genauso gespannt, was ich gleich sagen werde wie du. Und das war super. Sie hat gestrahlt, wir haben beide gelacht und ich war einfach super offen in der Situation. Und das ist mir wie die Schuppen vor den Augen gefallen. Wow, ich mache mir die ganze Zeit Gedanken über etwas, was halt super unwichtig ist, statt einfach mal das zu sagen, was mir gerade auf dem Herzen liegt. Und das waren dann so Momente, wo ich dann auch angefangen habe, einfach mal mit ehrlichen Komplimenten ein Gespräch zu öffnen. Komplimente, die du, Andi, jetzt auch gerade so gesagt hast. Wow, du hast eine wahnsinnig tolle Ausstrahlung. Wer bist du denn? Oder du bist hier gerade reingekommen und der Raum hat angefangen zu strahlen. Wer bist du? Hi. Das sind Momente, wo du einfach dann, wo du einfach weißt, es ist erstmal völlig egal, was du sagst. Und zweitens, also es geht zweitens darum, einfach nur das Gespräch zu öffnen, wenn du das öffnen willst. Und du machst dir keine Gedanken mehr darum, also du bist halt nicht mehr egoistisch. Du bist halt nicht mehr so mit deinen Gedanken bei dir. Was könnte ich sagen? Wie kann ich es nicht vermasseln? Sondern du willst ja das Gespräch mit ihr anfangen und nimmst sie zum Gespräch, indem du sagst so, das ist mir gerade an dir aufgefallen. Wer bist du? Ja, also, es ist manchmal so einfach. Ja, es ist, wie es auch in der Bibel steht. Das ist eins dieser zeitlosen Wahrheiten. Derjenige, der hat, dem wird gegeben. Derjenige, der nichts hat, dem wird weggenommen. Warum? Das hört sich so unfair an, oder? Es hört sich so an, als ob, Mann, es werden immer nur die gewinnen, die eh schon Gewinner sind. Aber da kommt eben die Entscheidung ins Spiel. Du kannst dich dazu entscheiden, derjenige zu sein, der diese schöne neue Realität erschafft, wo du mehr Liebe in dir hast. Niemand kann dir diese Liebe wegnehmen. Mit der wurden wir alle schon intrinsisch geboren. Leute versuchen dir vielleicht einzureden, dass es falsch sei, wenn du ein Kompliment gibst, oder dass das unbedingt ganz genau ehrlich sein muss, genau passen muss auf die Situation. Und wieder der Perfektionismus, oder dass du niemanden vor den Kopf stoßen sollst, und, 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 und. Und dann denken wir, meine Güte, tausend verschiedene Regeln. Lieber mache ich gar nichts, damit ich keinen Fehler mache. Ja, das passiert. Das passiert unser Leben lang. Aber wir wurden alle schon mit dieser unendlichen Liebe geboren, die wir auch teilen dürfen. Und wenn du echt ins Teilen kommst, wenn du in diese Gebermentalität kommst, dann passieren Dinge, die kannst du dir nicht vorstellen. Die sind wortwörtlich unvorstellbar. Ich habe vorhin diese ganzen Storys erwähnt. Die Männer, die bei uns in der Flirtmasterclass sind, die erleben Sachen, teilweise schon in der dritten Woche, das haben sie ihr ganzes Leben lang davor nicht erlebt. Und das sagen sie auch. Erzählen sie immer wieder in der Gruppe. Sagen sie das. Sagen sie, ich habe jetzt schon mit Frauen solche Gespräche geführt, wie ich sie noch nie in meinem Leben hatte. Zwei Frauen wollten mich überhaupt nicht gehen lassen. Ich hatte ein spontanes Date, bin mit der Frau spazieren gegangen, und zum Schluss haben wir uns geküsst und ich habe ihre Nummer bekommen. Das sind Dinge, die einfach unvorstellbar sind. Aber möglich. Möglich, wenn du dich dazu entscheidest, mal einen komplett anderen Weg zu gehen. Den Prozess zu vertrauen. Einfach mal zu sagen, weißt du was, wie ich es bisher gemacht habe, hat nicht funktioniert. Ich vertraue jetzt mal einem anderen Prozess. Wirklich. Und ich werde sagen, ich entscheide mich jetzt dazu. Und der erste Schritt, dich dazu zu entscheiden, ist, dass du sagst, ich mache so nicht weiter. Das funktioniert nicht für mich. Was ist denn der Weg, der funktionieren könnte? Und wenn du dann schaust, welche Wege sich besser für dich anfühlen, ob es der Weg, dass ich ignoriere jetzt alle Frauen ist, oder der Weg, dass, Alter, vielleicht hätte ich einfach nur mal öfter mutig und ehrlich sein sollen. Dann geh mit dem, der sich besser anfühlt für dich. Und wo du auch weißt, dass du langfristig zufriedener mit dir sein wirst. Dass du sagst, ey, wenigstens habe ich es versucht. Ich habe wenigstens, ich kann immer sagen, dass ich alles probiert habe. Und wenn du den Weg gehen willst, dann, mein Lieber, dann können wir miteinander sprechen. Dann kommen die kostenlose Flirt- und Charisma-Analyse. Wir helfen dir bei all deinen Problemen frauentechnischer Natur. Sei es, wie du mit Frauen schreibst, oder wie du mit Frauen redest, oder wie du dich interessant machst, und, und, und. Du wirst wahrscheinlich schon gemerkt haben, das ist nicht der Schlüssel, dass du dich interessant machen solltest. Aber natürlich sind die Dinge, die wir tun und die wir dir beibringen, logischerweise auch interessant, weil sie funktionieren. Nein, und das ist ein zeitloses Gesetz. Unabhängigkeit, Verehrung, Flirten, Leichtigkeit, funktioniert einfach. Und deswegen kannst du dem Prozess auch wirklich erwiesenermaßen vertrauen. Und die ganzen Bewertungen, die kannst du dir anschauen. Jungs, es funktioniert. Es klappt einfach. Vergleich dich nicht mit links und rechts. Sag, ja, bei dem klappt es aber schneller und bei dem klappt es aber langsamer. Das interessiert uns nicht. Das sollte dich auch nicht interessieren. Denn mich interessiert immer nur, wie sehr bin ich selber vorangekommen im Vergleich zu mich selber vor drei Monaten, vor sechs Monaten, vor zwölf Monaten. Wie weit bin ich jetzt schon vorangeschritten? Das ist der einzig sinnvolle Vergleich. Vergleich mit uns selber. Wenn du dich mit dich selber vergleichst, dann bist du auch automatisch in der Dankbarkeit für die Schritte, die du schon gekommen bist. Und in der Dankbarkeit, mein Lieber, steckt dann auch die Unabhängigkeit, den Rest des Weges zu gehen. Die Männer, die keine Dankbarkeit verspüren, die sind frustriert, weil sie sagen, es geht ja nicht weiter. Ja, warum soll es auch weitergehen? Das Universum wird dir keine Sekunde Zeit gönnen, wenn du nicht dankbar bist für das, was du jetzt schon hast. Das ergibt einfach keinen Sinn. Warum solltest du noch mehr bekommen, wenn du das, was du schon hast, nicht schätzt? Das kann ja nur bedeuten, dass du auch das, was du noch bekommen wirst, ebenso wenig schätzen wirst. Ja, dann äff dich. Warum soll ich dir dann irgendwas geben? Das schätzt du doch eh nicht. Verstehst du? Und du bekommst halt gerade schon genau das, indem du so wütend darüber bist oder frustriert darüber bist, über all das, was du gerade nicht hast, das, was du nicht hast, wird mehr. Die Abwesenheit von Frauen wird mehr in deinem Leben. Die Frustration wird mehr in deinem Leben, weil du dem ganzen Energie gibst. Im Englischen sagt man auch zum Thema Vergleich gerade nochmal, im Englischen sagt man auch Comparison is the thief of joy. Also der Vergleich ist der Dieb der Freude. Ist ein bisschen, klingt ein bisschen tatsächlich ein bisschen poetischer, ein bisschen blumiger im Deutschen. Aber gut, der Vergleich ist der Dieb der Freude. Warum? Weil, also wir brauchen Freude, um attraktiv zu sein. Weil, warum, was ist das Gegenteil davon? Also warum brauchen wir Freude, um attraktiv zu sein? Weil, wenn du frustriert bist, wütend, eifersüchtig, neidisch, depressiv, schamvoll, angstvoll, das ist halt nicht attraktiv. Du wirst halt in diesen Zuständen, schau dich mal um, wie viele Frauen hast du in deinem Leben? Ha, nicht so viele. Scheinbar sind diese Zustände nicht attraktiv. Okay, weil du dich wahrscheinlich vergleichst mit anderen. Weil du wahrscheinlich sagst, der ist besser. Oder der ist schlechter als ich. So all das ist halt, also auch der Vergleich nach unten, der ist halt auch nicht gut. Vergleich dich nur mit dir selber. Und das ist dann, wie du jetzt gerade schon sagst, Andi, das ist dann so, wo du dann Freude für dich empfindest. Das ist nicht Stolz, die du empfindest. Stolz ist ein trennender Bewusstseinszustand. Das heißt, ich bin besser als du. Das ist Freude, die du für dich empfindest. Also hoffentlich. Dass du diesen Weg gegangen bist, dass du, was sich alles entwickelt hat, und damit bist du gleichzeitig dankbar. Und weil du halt diese Dankbarkeit empfindest, bist du gleichzeitig auch bescheiden. Und genau diese Bescheidenheit ist genau das, was dich attraktiv macht. Du bist dann halt nicht dieser jemand, der einfach so, keine Ahnung, also ja, stolz. Jetzt habe ich das schon mehrfach gesagt. Du bist halt, du bist dankbar für die Menschen, die dir das ermöglicht haben, die mit dir auf dieser Reise sind. So, das können halt unter anderem natürlich deine Coaches sein, aber das sind halt auch dann zum Beispiel deine Eltern, die dir dies und das ermöglicht haben. Das ist dankbar dafür, dass du in diesem Land geboren bist, wo du halt dir um diese Gedanken von Partnerfindung Gedanken machen kannst. Es hätte auch anders aussehen können, dass du in dieser Zeit geboren bist. Dankbar dafür, dass du gerade an diesen Ort gegangen bist, wo du diese wundervolle Frau getroffen hast. Dankbar für deine letzte Beziehung, die in die Brüche gegangen ist, wo du komplett niedergeschlagen warst, die dich dazu geführt hat, auf diesen neuen Weg zu gehen. Das ist alles, wofür du dankbar sein kannst. Und wenn du dich halt dann irgendwie damit vergleichst oder irgendwie sagst du, ja, meine Ex war doof und die hat das und das gemacht, dann vergleichst du dich halt nach unten, dann zeigst du mit dem Finger auf sie, das ist Stolz und das ist halt alles andere als attraktiv. Mit diesem Gedanken, mit diesem Mindset wirst du halt keine neuen Frauen anziehen. Du wirst Menschen anziehen maximal, die genauso denken wie du und das wird halt noch mehr Chaos produzieren, noch mehr schlechte Beziehungen. Freude anstelle von Stolz ist so ein mächtiges Konzept. Weißt du, Stolz ist genauso wieder, es ist eine Zwischenstufe. Es ist nicht per se schlecht. Wenn du dich komplett wertlos fühlst, dann ist es besser, dass du dich jetzt natürlich wertvoller fühlst, wenn du dich dann noch mit anderen vergleichst. Okay, immerhin bist du eine Stufe weiter, aber eben, um wirklich gut mit dir selber zu sein, müssen wir noch eine Stufe weiter aufsteigen. Und das ist pure Lebensfreude, das ist Liebe. In der Liebe, da vergleichst du dich nicht mehr. Das macht einfach keinen Sinn. Das kommt dir dann nicht in den Sinn. Und das ist eben auch der Knackpunkt für die Männer, die auf dieses Video klicken, weil sie denken, oh ja, das macht Sinn, Frauen ignorieren. Und immer wieder kommen auch solche Männer dann, bei denen aber das Herz am rechten Fleck ist, die aber einfach für ein paar Jährchen fehlgeleitet wurden, kommen dann zu uns ins Coaching, melden sich dann bei uns in der Flirt-Tipp- und Karismanalyse, dann kommen sie zu uns ins Coaching, melden sich im Programm an und haben dann vielleicht am Anfang ein bisschen noch mit zu strugglen, die sagen dann, ja okay, aber wie werde ich denn dann dadurch interessant und fallen immer wieder in diese selben Fallen. Aber sobald sie es schnallen, sobald sie es checken und das kommt immer, immer krasser, diese Erkenntnisse, wenn sie sich diese Unabhängigkeit hingeben und einfach wunderschöne Geschichten anfangen zu schreiben, dann tut sich was in der Qualität ihrer Interaktion, dann tut sich was in der Qualität der Begegnungen, der Frauen, des Sexes und der Beziehungen. Und zwar krass, krass. Diese Männer sagen dann, ich hatte noch nie so eine tiefe Verbindung zu einer Frau. Oder Frauen, die sagen, Frauen, die sagen, danke, dass du mich angesprochen hast, nachdem sie halt, also nicht einfach kurz nach dem Ansprechen, sondern nachdem sie halt ein richtig schönes, intensives Date hatten, als sie sich gerade kennengelernt haben, gerade ein spontanes Date und dann am Ende des Abends so, wow, danke, dass du mich angesprochen hast, das war einer der schönsten Tage meines Lebens. Ja. Und ich liebe diese Botschaften, ich liebe diese Nachrichten, ich liebe die Briefe, die die Männer ab und zu von Frauen bekommen, das ist so, ah, das erwärmt mir das Herz. Weil, das ist, warum ich das hier mache, Alter. Wir driften alle viel zu sehr voneinander weg und es, es ist wie, als ob du gegen Windmühlen kämpfst, aber wir müssen wieder einen Schritt aufeinander zugehen. Deswegen nochmal, Alter, wenn du einer von den Guten bist, dann melde dich in den Kommentaren, sag mal her, ich will auch ein Geschenk für Frauen sein, kein Bock auf diesen ganzen Kampf. Ja Mann, dann weißt du, du bist hier am richtigen Ort. Ja. Also so ging es ja auch, das will ich gerade nochmal mit den Zufügungen so, ich habe ja gerade auch vor unserem Podcast, vor unserer Podcastaufnahme hier, als wir gestartet haben, noch mit dem Sascha gesprochen. Ich habe gleich vor zwei Wochen kurz im Podcast über ihn, also ich habe ihn erwähnt und wir haben gerade miteinander gesprochen und er hat auch erzählt, er kommt ja aus einer Phase oder also in seiner Jugend war es so, dass sein Vater ihn zum Beispiel, hat ihm den Spitznamen der Unfall gegeben, also hat ihn als Unfall bezeichnet. Also seine Eltern haben ihn geschlagen, seine Mutter hat ihn auch dann vernachlässigt, hat sich nie für ihn interessiert und so weiter und das ist eine sehr, also ich kratze das hier nur gerade echt an der Oberfläche an, also was da passiert ist, das ist, also ich habe diese Geschichte jetzt schon öfter gehört, aber als er es mir jetzt gerade auch nochmal erzählt hat, so das war, also da bricht mir das Herz und er hat dann auch eine Ehe gehabt, hat eine Tochter und diese Frau hat, also hat er auch nicht ausgesucht, sondern so, er wurde ausgesucht, auch seine Worte, die hat ganz klar mich ausgesucht und ich war überhaupt nicht glücklich in der Beziehung, aber ich dachte so, das muss jetzt gemacht werden und so und, aber er ist ein super herzensguter Typ, hat seine Tochter über alles lieb und so weiter und, und also die, sein Ehe ist zum Glück geschieden und was bei ihm gerade zur Zeit abgeht, das ist, also was sich alles in einem halben Jahr entwickelt hat, das ist so, das ist so, das ist so fantastisch. Ja, also er hatte ja dieses spontane Date, genau das hat er, er ist berichtet von der Woche. Also er ist, er ist nur am Strahlen, ähm, genau, hatte, genau, die spontane Date, hat, hat auch berichtet irgendwie, er war letztens so, hat den Tag genossen so, es war ein sonniger Tag, hat sich ins Café gesetzt und dann, ähm, kam die Kellnerin an und er hat einfach gesagt, so, hi, ich hätte gerne einen Cappuccino, hat ein bisschen einfach so mit ihr geflirtet, war präsent und er sagt so, sie musste mehrfach nachfragen, mehrfach wiederkommen, so, okay, was hast du nochmal bestellt und sie war halt so, also sichtlich, sichtlich angezogen von ihm, sichtlich perplex und die haben einfach miteinander gesprochen, so, er hat gerade auch sein Handy gezückt, damit sie ihre Nummer eingibt, in dem Moment kommt ihre Kollegin vorbei und sagt so, du, ähm, sagen wir, nennen wir sie Maria, du Maria, denk dran, du heiratest in zwei Wochen und sie, ach ja, ach ja, okay, nee, sorry, ich kann nicht, wir können nicht Nummern tauschen und das ist Sascha, Sascha hat diese Woche fünf Dates, fünf Dates, weil einfach so, er geht einfach auf Frauen zu und strahlt sie an und sie freuen sich, von ihm angesprochen sind, Sascha ist Mitte 30, ja, hat ein Kind, hat ein Kind, genau, gescheiterte Ehe, vor allem, wo er herkommt, aus was für Verhältnissen, mit einem, was für einem niedrigen Selbstwert, Gefühl, er einfach ins, ins Leben, ins Leben geleitet wurde von seinen Eltern, einfach, einfach echt misshandelt wurde von seinen Eltern, aber jetzt so ein, ein strahlender Mensch ist und einfach auch Frauen zugeht und, und einfach tolle Dates mit ihm hat, er, das, das, das Date von, er hatte letzte Woche ein Date, letzte vor zwei Wochen ein Date, hat berichtet, ähm, so nach zehn Minuten haben die schon miteinander rumgeknutscht und dann haben die die Nacht miteinander verbracht, so, weil einfach so, das ist alles möglich, er wusste nicht, dass das möglich wäre und, ähm, er, er bemerkt, dass Frauen ihn anschreiben und ihn wiedersehen wollen und so weiter, das ist alles, es ist so, so fantastisch, also, jetzt persönlich, mein Herz geht auf, so, wenn ich darüber spreche, aber ich weiß auch, bei dir, Andi, wird es genauso sein, ich, das, ich weiß ja, warum wir das machen, ich weiß ja auch, warum du das machst, das ist ja die, das ist fantastisch, was, was bei Männern abgeht, wenn sie einfach dann genau sehen, so, was für ein Geschenk sie eigentlich sind und Sascha sagt, genau, das sagte Sascha, Sascha halt auch so, also, was, was ich einfach so faszinierend finde, ist einfach so, ich gehe auch Frauen zu und will einfach ein Geschenk für sie sein und dann entsteht einfach Magie, das ist unglaublich, vielleicht kriegen wir Sascha auch nochmal hier für ein Gespräch hier in dem Podcast, also, das ist, das ist fantastisch, also, wenn du das auch erleben möchtest, wenn du das auch erleben möchtest, flirtanalyse.de, Dude, wir machen das seit über zehn Jahren, wir kriegen auch dich dahin, hundertprozentig, so, komm, hab dich nicht so. Wenn du machst, Alter, und Sascha hat einfach entschieden, ich werde es jetzt machen, wenn du machst, dann, dann, Alter, dann sind Sachen möglich, die du dir nicht vorstellen kannst, wenn du aber lieber sagst, nee, ich will nicht machen, ich will lieber beobachten und auf der Seitenlinie zugucken, Alter, dann kann dir keiner helfen, oder kann dir keiner helfen. Die Entscheidung muss von dir kommen, zu sagen, ich will machen, ich weiß aber nicht, was ich machen soll, helft mir bitte zu machen. Und ab und zu, wir haben alle mal Momente der Schwäche, wenn du einen Arschtritt brauchst, hey, das gehört auch zur Berufsbeschreibung, das kriegst du auch, aber, Alter, wenn in dir nicht der Wille ist, dass du jetzt eine schönere Welt um dich herum erschaffen möchtest, bei dir angefangen, bei den Frauen aufgehört, und natürlich geht das dann, zieht das seine Kreise und wird noch andere Menschen glücklich machen, weil wenn du einen Menschen glücklich machst, wird dieser Mensch auch andere Menschen glücklich machen, dann weißt du, was zu tun ist. Dann weißt du, was zu tun ist. Kommen die Flirt-Deepunk-Karism-Analyse, das ist unser kostenloses Analysegespräch, wo wir uns mal anschauen, was bei dir funktioniert, was bei dir nicht funktioniert, wieso das funktioniert, wieso das nicht funktioniert, welche Gewohnheiten nötig sind, wie du das in deinem Alltag auch integrieren kannst. Wir geben dir dort einen persönlich auf dich maßgeschneiderten Leitfaden. Die Schritte, die sind leicht zu befolgen. Die sind für jeden leicht zu befolgen, weil sie eben genau dort beginnen, wo dein Tag jeden Tag beginnt. Im Alltag. Im Alltag. Du musst dazu nicht rausrennen und irgendwie Frauen ansprechen und sagen, Mädels, mögt ihr mich? Nee, es fängt easy an. Und es sind diese easy Steps, die aufeinander aufbauen. Und wenn du irgendwo struggelst, Schwierigkeiten hast, dann sind wir für dich da. Wir sind jede Woche für dich da. Du hast uns, also einen intensiveren Austausch gibt es mit uns nicht. Das ist dann das Coaching. Das ist dann die Flirt Masterclass, wo wir auch mit dir dann übrigens auch gemeinsam rausgehen und Frauen ansprechen. Aber das kommt dann erst, wenn du bereit dazu bist. Und da entwickelst du dich hin. Step by Step. Alter, lass dich nicht verarschen von irgendwelchen schnellen Lösungen. Die gibt es nicht. Aber es gibt Gewohnheiten, die du etablieren kannst und die wir dir zeigen können, wie du sie etablierst und wie sie zu einem Kernaspekt deiner Persönlichkeit werden, sodass du dich auch einfach frei und ungezwungen in jeder Situation mit jedem Menschen auch unterhalten kannst und dann Erfahrungen sammelst, aus denen du dann sagst, weißt du was, ich liebe die Erfahrungen, die ich sammle. Mir gefällt mein Leben jetzt richtig schön. Und jetzt habe ich eine tolle Frau kennengelernt und mit ihr will ich zusammen sein. Und dann entscheidest du dich für sie. Und that's the way to go. Das ist der Weg, den wir sehr gerne dir zeigen. Hier auf www.flirtanalyse.de hol dir dort deine kostenlose Flirte von Charisma-Analyse, wie Dominik gesagt hat. Und Dominik, du hast ja immer wieder auch mal Charisma-Analysen selber geführt. Und vielleicht kannst du kurz einfach mal erzählen, was für dich, ich weiß, wir werden da wahrscheinlich sehr ähnliche Erfahrungen gemacht haben, weil wenn ich mit Männern rede, dann ist der Kernknackpunkt einfach das Verkopfen. Einfach das alles im Kopf nochmal, nochmal und nochmal und nochmal durchgehen und dann bewegen sie sich nicht. Dann geht es einfach nicht vorwärts. Dann wird verkrampft. Vielleicht kannst du kurz mal einen dieser 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 typischen Herausforderungen dieses Verkopfens nochmal erwähnen. Weil ich glaube, damit kann jeder sich hier identifizieren. Also Verkopfen, um das mal erstmal von der Vogelperspektive aus zu betrachten, ist eine Schutzreaktion, Schutzmechanismus, weil unser Kopf glaubt, dass er klüger ist als unser Herz und weiß, was besser ist für unser Überleben. Also es ist entsprechend unser Kopf, der unser Herz beschützen möchte. Er meint es nur gut, aber wie Kurt Holzki schon gesagt hat, das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Und was halt Männer oftmals machen, ist halt, dass sie dann versuchen, also wir haben das jetzt auch schon heute mehrfach, in den letzten Folgen mehrfach angesprochen, dass sie versuchen, Lösungen zu finden für Probleme, die noch gar nicht existieren. Was mache ich, wenn sie einen Freund hat? Sie haben die Frau noch nicht mal angesprochen. Die Frau weiß noch gar nicht, dass du existierst. Okay, was ist, wenn sie einen Freund hat? Was ist, wenn sie einen, was ist, wenn sie mich ignoriert? Was ist, wenn sie, was ist, wenn sie um Gott wahre? Was ist, wenn sie positiv reagiert? Ich weiß ja gar nicht, was ich dann alles tun muss. Und das ist halt alles so, das führt dann dazu, dass wir noch mehr Information sammeln wollen, noch mehr Sicherheit haben wollen. Das führt dann auch dazu, dass wir irgendwie Beweise finden wollen oder Signale finden wollen, dass wir gerade, dass es gerade angebracht ist, dass wir, dass wir mit dir sprechen, dass es gerade angebracht ist, dass wir noch da sind und so weiter, dass wir noch eine weitere Frage stellen. Aber all diese, dieses Suchen nach Signalen, das führt dich halt noch mehr in deinen Kopf, noch mehr weg von dir. Und du gehst halt schon sowieso mit einem hohen Stresspegel da rein, in dieses Gespräch mit der Frau. Und dieser Stress sorgt dann halt, sorgt dafür, dass du halt noch mehr in den Kopf rutschst, weil du hast gelernt, ich kann Probleme lösen, indem ich halt ganz viel, ganz viel Aufmerksamkeit habe. Das heißt, dein Blutdruck, also dein Herzschlag erhöht sich, deine Augen weiten sich, deine Hände fangen an zu schwitzen, weil du dann entsprechend auch von Gefahren wegrennen kannst und dann so eher rutschig bist und so weiter. Das heißt, all das Blut, das Sauerstoff, das geht gerade in deine Muskeln, damit du schnell wegrennen kannst und kämpfen kannst. Aber es ist halt nicht in deinem Herz, wo du gerade dann einfach relaxen kannst und wo du dann auch die Kreativität haben kannst, die du eigentlich suchst, die du so gerne irgendwie haben möchtest, die du dir mit Stress und Druck versuchst zu erzeugen oder irgendwie auch versuchst, irgendwie mit Stress und Druck gerade die richtige Person zu sein für sie. Und all das ist halt so, wir glauben, das wäre halt super empathisch und wir legen das gerne unter den Schutzmantel Empathie, aber stattdessen sind wir eigentlich nur super egoistisch, das meine ich gar nicht böse, das meinst du ja auch nicht böse, aber wir versuchen eigentlich unsere eigene Haut zu retten und während wir, also unsere eigene Haut zu retten, während wir etwas tun, was uns super viel Angst macht und versuchen das einfach irgendwie nur zu überleben. Und dann kommt halt noch mehr Verkopfdaten rein, noch mehr Zerdenken rein, noch mehr irgendwie, was meint sie damit, als sie das gesagt hat. Ist es gerade der richtige Zeitpunkt, sie anzusprechen und so weiter. Das ist alles so diese Stimme im Kopf, die dir Beweise finden will, dass du gerade nicht gut genug bist und dass du es auf gar keinen Fall versuchen brauchst, jetzt irgendwie sie anzusprechen. All das ist halt Zerdenken, Verkopfen und also es geht euch allen gleich. Ihr habt alle das gleiche Problem. Das ist so faszinierend. Immer wenn wir sonntags, also nicht immer jeden Sonntag, sondern einmal im Monat sonntags, unser Live-Coaching haben, also für alle, die dann entsprechend uns mal außerhalb des Coachings Fragen stellen möchten oder auch dann gerne mal schauen möchten, wie sie im Coaching zum Beispiel mit uns aussehen würde. Die kommen dann in den Call und dann am Ende dieses Live-Coachings ist oft im Chat ein, zwei, drei, vier, fünf Mal die Aussage so, es ist immer faszinierend zu sehen, dass ich nicht allein mit meinem Problem bin. Und genau das Gleiche haben wir auch immer wieder, wenn Männer ins Coaching kommen. am Ende des Mindset-Calls, wenn die Männer sich dann, also die gehen dann auch manchmal drei, vier, fünf Stunden die Mindset-Calls, weil wir uns so viel Zeit für euch nehmen, um wirklich auf die Probleme tief einzugehen. Aber wenn die Männer dann auch mal so langsam ins Bett müssen, dann schreiben sie auch gerne so, Gute-Nacht-Männer, war ein geiler Call. Es ist immer wieder faszinierend zu sehen, dass ich nicht alleine mit meinem Problem bin. Ihr habt alle das gleiche Problem. Ihr habt alle, alle, alle das gleiche Problem. Und das ist, das seid nicht nur ihr Männer, die ihr das gleiche Problem haben. Frauen haben genau das gleiche Problem. Die Menschheit hat das gleiche Problem, das sie verlernt hat, aus ihrem Herz zu handeln, stattdessen aus ihrem Kopf zu handeln, weil sie einfach so viel Angst hat und glaubt, dass sie durch mehr Denken mehr Lösungen findet. Aber das ist, das ist ein Irrglaube. Das ist ein Irrglaube, weil dieser Irrglaube bedeutet, dass du nicht perfekt bist, dass du nicht gut genug bist. Das bedeutet, dass du noch, dass du kaputt bist, dass du repariert werden musst, dass von außen irgendwo etwas dazukommen muss, damit du endlich ein okayer Teil der Gesellschaft bist oder dass du liebenswert bist. Du bist jetzt schon liebenswert. Du bist jetzt schon gut genug. Lass dir von keiner Stimme irgendwem, auch wenn es deine Eltern sind und ganz besonders, wenn es deine Eltern sind, dir einreden, dass du nicht gut genug bist. Ich kann es nicht oft genug wiederholen, aber also, du bist jetzt schon gut genug. Du bist jetzt schon liebenswert. Du hast alles jetzt schon in dir. Du musst nicht noch etwas dazulernen. Absolut nicht. Du darfst Dinge fair lernen. Fair lernen, die für dich nicht gepasst haben, die du einfach übergestülpt bekommen hast, weil von Menschen, die es nicht besser wussten, aber auch die du dir selber übergestülpt hast als Schutzmechanismus, damit du nicht noch mehr verletzt wirst, weil du Dinge gemacht hast, also einfach auch Dinge kopiert hast und gemacht hast, von anderen kopiert hast und so weiter, um nicht noch mehr irgendwie Ärger zu bekommen, irgendwie bestraft zu werden und so weiter. Das ist alles nicht deine Schuld und da ist auch niemand anderes dran schuld. Aber die gute Nachricht ist, das kannst du jetzt ändern und das ist eine Entscheidung. Alter, und der Zusammenhalt, der Zusammenhalt unter den Männern, die sagen, ich wusste nicht, dass ich alleine bin, dass ich nicht alleine bin in dem. Das ist so krass. Aus den unterschiedlichsten Gesellschaftsschichten, unterschiedlichste Altersgruppen, unterschiedlichste Einkommensstufen, Ingenieure, Techniker, Lkw-Fahrer, wie heißt das, wenn jemand Land besitzt? Studenten. Studenten. Wie heißt das, wenn jemand Land besitzt? Das nennt sich? Bauer. Ja, so nennen sie sich selber. Aber eigentlich hat es einen anderen Namen. Anyway, das sind alles Männer, die für andere etwas Schönes erschaffen wollen. Und die Frage ist halt, wie? Wie mache ich das? Und dass es auch ankommt, dass es auch funktioniert und dass es auch gewertschätzt wird. Und da gibt es einen klaren Weg. Da gibt es einen Leitfaden. Den roten Faden, den zeigen wir dir sehr gerne. Also, bleib gut, bleib mutig, bleib leichtherzig, bleib uns erhalten, fahr vorsichtig und komm in die kostenlose Flirt- und Charisma-Analyse. Und wenn du einmal ganz genau wissen möchtest, wie du in den nächsten Wochen zu dem Mann wirst, den du immer sein wolltest. Bis dahin. 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 Bis dahin.